Da ist das. Zack. 0... Ach, das ist der Leikamashi. 0, 1. 0... 7... 17... 17... 12... Dann bin ich froh, dass man da nicht, wenn man das jetzt verschiebt, dass sich da was verschiebt. Das wäre katastrophal gewesen. Hurra, wir können rein. Oh, hier im Museum hat sich ja einiges getan. So viele Ausstellungsstücke befassen sich mit den Nebelwandlern. Jo, so gesehen hast du recht. So, jetzt kann ich das. Na, mischt. Huch, an den Scherben könnte ich mich leicht verletzen. Dann nimm das Schloss und schlag rein. Okay, wenig. Gut. Ah, okay, was haben wir da? Eine Obelisk-Spitze. Ah, verstehe, verstehe. Die brauchen wir, ja? Okay, ohne Schalter lässt sich hier nichts ein- und ausschalten. Dann gehen wir zur Obelisk-Spitze. Dann gehen wir zur Obelisk-Spitze. Diese einmal hier drauf. Geben wir mal die drauf. Geben wir mal die drauf. Ah, was haben wir jetzt? Ein Handschuh. Halt da, jetzt müssen wir wieder zurück darüber gehen. Dann kann ich den Handschuh hier verwenden. Pack. Pack. Witz. Pack. Witz. Pack. Witz. Dann kriegen wir einen Türgriff. Dann kriegen wir da so ein bisschen einen Sticker. So, jetzt kann ich da mal... Jetzt kann ich da mal was machen und tun. So, warte mal kurz. Wie gehört denn das da? Haben wir da nicht irgendwo ein Randstück? Ja, da haben wir noch ein Randstück. Na, das wird da nicht herpassen. Ähm. Ne, da nicht. Hm, hm. Da, 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 da. Ne. Hallo? Ah, hallo. Mächster Propa, unser Held in der Kinderbunten Welt. Okay. Das müsste eigentlich rein theoretisch... Warte mal kurz. Ah, so nicht. So auch nicht. Gut. Ich hab keine Ahnung. Das müsste eigentlich rein theoretisch... ...so sein. Süß da. Hm, ja. Gut. Wenn wir mehr haben. Da geht's vielleicht. Ja, das ist leider zu, Freunde. Weil ich hab keine Ahnung, wo ich das letzte... Also das letzte haben wir verpasst. Und ich weiß auch nicht, wo. So, hier können wir trotzdem noch irgendwas machen. Ja, hier haben wir den Tür... ...gen Türgriff. Genau, richtig. Zack, zack. Fest verschlossen. Aber das Ding ist aus Metall. Vielleicht hilft dir eine... ...die frost... ...ääh... ...die frostklirrende Kälte draußen. So, dann nehmen wir das mit, dann nehmen wir das mit, dann nehmen wir das auch mit. Na, gucken wir mal. Vielleicht kann man es ja jetzt rätseln. Na, lösen, das Rätsel. Was haben wir denn jetzt bekommen? Das haben wir noch dazu bekommen, glaube ich. Oder hatten wir das schon vorher? Ich hab keine Ahnung. Das haben wir, glaube ich, dazu bekommen. Das ist neu, glaube ich. Hm. Hm. So, warte jetzt mal. Ich lege jetzt das mal... Achso, das kann ich nicht rauslegen. Okay. Tja. Hm. Eigentlich müsste er... ...dat zusammenpassen. Dann müsste das da eigentlich hier gehören. Dann müsste das da hier gehören. Hm. So. 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 Die Batschhand, die müsste da irgendwo da so... ...keine Ahnung wie hingehören. Moment. Ähm. Dann haben wir noch das hier, das kommt da runter. Die Bärtschand müsste ja eigentlich da irgendwo hinküren. So, nein, so. So. Bin ich jetzt blöd? Die passt wieder da rein. Ach so, okay, verstehe. So, dann hätten wir das auch geklärt einmal. So, was haben wir denn da jetzt noch? Ach so, stimmt. Wir müssen ja da rein. Okay, das kann ich jetzt nicht mitnehmen. Schalter. 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 Natürlich, einen Schalter haben wir jetzt gekriegt. Den können wir da verwenden. Zack. Info. Für der Tausche die Drähte, bis sie alle mit den farblich passenden Sicherungen verbunden sind. Okay. Rot auf Rot. Violett auf Violett. Orange auf Orange. Blau auf Blau. Und wir sind fertig. Ui, ein Wimmelbild. Ach so. Was ist denn das? Wieder mal so eine Art Wimmelbild. Oh, was ganz Neues. Da muss man die Gegenstände jetzt reinlegen. Auch nicht schlecht. Also das muss ich sagen, da haben sie sich was einfallen lassen. Ja. Das Problem ist, jetzt kann ich nicht blöd einmal dumm drücken. Oh. Oh. Mh. 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 I doubt anyone but Derek has made it that far. I'm sorry. I can't help more, but Cameron might be able to. She's quite talented with many skills Hm. So, warte kurz einen Moment. Muss ich was trinken? So, na gut. Dann haben wir das Bärntote nochmal. Ähm. Bin kurz abgelenkt. So, jetzt geht's. Björn hat mir weiter geholfen, aber ich brauche weiter Informationen. Informationen. Aber wieso Informationen? Ah, da mit der alten Schröder. Hallo. Wo ist Derek? Und du bist? Cameron aus der Mistwalker-Klan. Ich kenne dich. Du bist den übrigen Mäster-Detektiv. Du hast Dyergrove aus einer älteren Kurs. Und du hast Björn geholfen. Er ist wie ein Bruder für mich. Ich war gerade mit ihm. Er meinte, sie könnten mir helfen, Derek zu finden. Ich war gerade mit ihm. Er sagt, du kannst mir helfen, Derek zu finden. Ich kann. Ich habe das Wichtigste von der sacreden Klan. Er hat mit den älteren Mistwalker. Aha. Hier, mach diese. Die Lenz wird dir zeigen, dass die Sprinten der Dereks Gedanken noch in der Dyergrove stecken. Der Fokstotem wird sie collectiert. Und dann kann ich sie lesen. Ich werde dich hier warten. Ich werde dich hier warten. Ich werde dich hier warten. Warte mal kurz. Ich werde dich da bitten. Was kann ich hier noch machen? Was habe ich denn hier alles? Ein Fuchstotem. Totem der Erinnerung. Kann ich hier wirklich was machen? Hier? Hier? Genau hier? Was kann ich hier machen noch? Kann ich noch nichts machen mehr? Ah. So. Tja, keine Ahnung, wo ich die Erinnerungen hier bekomme. Da brauchen wir noch was. Was brauchen wir noch was? Was brauchen wir denn da? Vielleicht da? Nö. Vielleicht hier? Ah. Tick. Wee! Ja, ich werde jetzt da sicherlich nicht Szene für Szene durchgehen und schauen im Spiel, wo ich Erinnerungen kriege. Das mache ich schön brav so. Oh, da haben wir übrigens ein Wimmerbild. Achso, nein. Das ist ja kein Wimmerbild. Das ist ja die Schließkassette. So, dann haben wir hier wahrscheinlich noch eine Erinnerung. Komm, Kätzchen. Fangen Sie auf. Ui! Saug Sie ein. Fein kleines Schwein. So, dann haben wir bestimmt auch eine Erinnerung irgendwo. Jupp. Beim Jagen. Komm. Eide, Kätzchen. Kätzchen, klein. Feines Schwein. Hm. Oh, und da war er auch. Oh. Das ist nicht gut. Lass ja die Höhle zu. Deswegen geht er ja nicht rein. Die Studentenverbindung hat es letztes Mal schon bereut, dass da reingegangen ist. So, da hast du ein Kätzchen. Natürlich. Ich hoffe, das ist genug. Hier geht's. Hm. Diese Gedanken sind schmerzig. Als ob sie nicht wirklich an Derek belongen. Aber ich kann einen Punkt aus dem Schraubchen sehen. Es gibt zwei Bäume. Einer nicht weit von hier und der andere in der Schraubchen. Das ist, wo Derek wird, ich bin sicher. Ich glaube, du bist nah an Derek zu finden. Derek, der Mist-Walker und die Höhle-Maske wollten, mit dir zu sprechen. Hallo, Master Detektiv. Ich habe dich erwartet. Und warum wollten sie mich sprechen? Ich brauche deine Hilfe, so viel wie du meine brauchen. Es gibt ein Ritual, das uns zeigen wird, wo Derek ist. Aber es ist komplex und braucht zwei rarere Ingedienungen. Dieses Amulet wird dir helfen, unseren schritten Baum zu finden. Dort, du möchtest den Spirit. Ich brauche eine der Schraubchen. Als du ihn hast, gehst du zum Grotto unter der Höhle. Du findest da die Banshee-Flauhr, das ist das zweite Ingedient. Bitte schau dir, oder es wird zu lange sein. Oh, schön. Naja. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Was kann ich jetzt hier machen? Was kann ich jetzt hier machen?